Ah, der ist gut. Der ist gut. Jetzt muss ich mal. Kannst du dir das mal sacken lassen? Ja, den Spargel habe ich. Der Rauch ist da. Nimmt jetzt auch immer weiter ab. Ich glaube, da kommt der Brokkoli durch. Und ja, was ist das? Eine leichte Note von Kunstharzverdünner. Ich glaube, das trifft es. Ja. Boah, ist der gut.